hallo leute hier läuft gerade neben uns ein batman schiff auf was ich heute schon mal erwähnt habe was man nicht so gut sehen konnte jetzt kann man das richtig gut sehen das ist richtig lustig das schiff das wird jetzt gleich den hafen auch verlassen ja aber dann wäre doch lustig wir filmen die ne ja jeden fall großes batman logo drauf habe ich auch noch nicht so gesehen das ist auf jeden fall lustig das ist ein lustiger kahn ja das ist eine fähre das sieht man auch da hinten da wird so ein ding runter geklappt dann können die autos darunter fahren die da drauf sind ja habe ich gerade gesehen habe ich mal wollte ich meinen film wir gehen jetzt gleich im steak haus essen und heute ist ja die wieder weg ja und da werden wir heute ganz schön viele videos wo nicht hochladen sondern erst mal drehen und nächste woche ab dem 11 8 werden die videos dann einzeln sind nach oben also auf youtube hochgeladen ja 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 das war es dann und ich würde sagen wir sehen uns dann bei den nächsten videos mal wieder und ciao leute bis gleich